Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Ich bin TheFileStormLP und wir machen eine neue Aufnahmesession. Denn das letzte Mal haben wir eine Christina-Mission gemacht. In der letzten Aufnahmesession eine Christina-Mission gemacht. Ein bisschen Story gemacht, indem wir ein paar Assassinen rekrutiert haben und die auf gewisse Reisen geschickt haben. Somit kann man sagen, wir waren relativ erfolgreich in der letzten Aufnahmesession. Und nun beginnt eine neue. Und ja, deswegen muss ich sagen, gehen wir weiter. Ja, genau. Ich hatte vor, jetzt erstmal nicht direkt Story zu machen. Nicht direkt bedeutet so viel wie... Wir haben hier alles gemacht. Das Templar-Versteck, vorher gesagt. Zum Beispiel. Hatte ich vor zu machen. Dann will ich hundertprozentig den Aussichtspunkt... Ich mache den Aussichtspunkt jetzt. Und das Templar-Versteck. Außerdem will ich ein Aromulus-Versteck machen. Also mindestens eins. Je nachdem, wie viel es gibt. Es gibt bloß eine Lösung für Filzläuse. Sehr schön. Hört her! Ein neuer Durchdruck aus Blandern. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir haben jetzt... Wir erinnern alle Ballfahrer daran. Ich will jetzt unbedingt diesen Aussichtspunkt machen. Es nervt mich schon die ganze Zeit, dass ich den bisher noch nicht gemacht habe. Man kann den hundertprozentig machen. Also man kann einmal hier hochgehen, wenn man den Kletterhandschuh hat. Also diesen Doppelsprung da, den man in AC2 da kennengelernt hat. Es geht aber auch noch irgendwie anders, aber ich weiß nicht mehr genau, wie. Ich glaube, man muss da irgendwie von einem anderen Dach oder so. Keine Ahnung. Ja, okay. Ich glaube, von der... Ein bisschen weiter hinten. Ich bin mir, wie gesagt, nicht ganz sicher. Ja, Missionen sind erfolgreich gewesen, anscheinend. Mhm. Ja, okay. Ähm. 4.000 Gold-Tudi für den besten Kavaliere sowie die Kunst von Dona Lucia Orsini. So, ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, ich glaube, ich habe es geschafft, Jungs. So, ich habe es geschafft. Yes. Wie gesagt, äh, reparieren können wir uns noch nicht, beziehungsweise sanieren, reparieren, wie auch immer. Können wir uns noch nicht. Ist ein bisschen zu teuer für uns. Und auch ist es nicht unser Preisniveau, in dem wir uns aufhalten können. Aber wir haben es geschafft. Das ist schon mal gut. Da hast du die Feder, die hole ich mir auch direkt. Äh, schön, schon mal. So. Drei von zehn Federn gesammelt. Läuft doch. So, will man das sehen? Ja. Und jetzt holen wir uns noch das Borja-Banner hier. Was ich gesehen habe. Was machst du denn, Ezio, da? Ah. Junge. Äh, es war gerade ein wenig, ein wenig krass. Dann holen wir uns mal, äh, zuerst das Borja-Banner und dann... Und jetzt holen wir uns mal. Scheiße. Egal. Fährt. Fährt. Hat das Vorhaben abgesegnet, die Mieten der kirchlichen Besitzenden... Hey, hey. Hey, hey, wann denkst du... So. Immer schön die Leute darauf ansetzen. Die verdient man auch gut. Nein, ich... Nein, ich... Nein, ich... So. So, ich will nur kurz das Banner machen. Und mir ist sicherlich aufgefallen auch, dass in letzter Zeit sehr viel Assassin's Creed kam. Eher weniger, ähm, eher weniger, ähm, hier. Ach, ähm, eher als GTA 5. Denn, äh, ich hab mir jetzt so gedacht, ja, irgendwie ist Assassin's Creed mein Hauptprojekt im Moment. Und, ähm, GTA, GTA beziehungsweise andere Projekte, die währenddessen kommen, sind so Nebenprojekte. NBA kommt im Moment gar nicht. Das hat den Grund, da ich mir überlegt hatte, ähm, ja, ich hätte einen Grund. Und zwar hab ich mir überlegt, dass ich, ähm, ganz einfach, äh, die NBA Finals, die ja bald kommen werden, äh, oder bald da sein werden, Ähm, wenn ich mir einfach, ähm, dann orakeln werde. Und die sind ja auch schon bald. Und das heißt, ich werde bis dahin erstmal nichts machen. Aber bei den Finals werde ich mir dann ein paar Teams rauspicken, die ich ganz gerne mag und auch gespielen würde. Also, Miami werde ich hundertprozentig spielen. Alle Playoff-Spiele, die sie machen. Ähm, aber ich werde dann, äh, das wird genauer erklären in dem Video. Ähm, Indiana werde ich, denke ich, machen. Oklahoma werde ich machen. Äh, die Clippers werde ich sehr wahrscheinlich machen. Ähm, was werde ich noch machen? Ähm, Toronto werde ich machen. Ähm, Houston werde ich, glaube ich, machen. Ähm, und, und, und Golden State werde ich vielleicht machen. Je nachdem. Also, das sind so die Teams, die ich, denke ich, machen werde. Ja, jede Menge, äh, Leute sind wieder hier. So, den haben wir jetzt, äh, aufgelevelt. Ich mache das jetzt immer abwechselnd. Aufträge. Okay, das ist noch zu schwer. Also, Dreier kann man auch gerne machen. 86. So. Eine behalte ich. Für mich. Sozusagen. Eine Dreier auch noch. Also, eigentlich perfekt. Jetzt auch noch eine Truhe. Äh, das kommt mir natürlich auch entgegen. Juwelenkopfschmuck. Weiß nicht, ob ich das brauche. Jedenfalls ist hier auch ein... Ja, wenn das so ist, dann... So, dann machen wir hier mal das Templer-Versteck. Und, äh, einen Moment kurz. Ich werde kurz mal, äh, was trinken müssen. Jo, alles klar. Können wir machen. Ja. Cooles Versteck. Kriegt mal ein bisschen Money. Das läuft. Deswegen mache ich's. Kaufrausch. Den Geldschrank der Templer finden. Nur das Ziel töten. Was ist, Kapitan Obst? Sei leise. Ich werde dich sehr reich machen. Ich habe einen Schlüssel auf dem Markt der Standen für den Torre de la Militiae. Und wie macht mich das reich? Der Mann sagte, es gäbe einen Schatz in der obersten Kammer. Doch die Treppe ist baufällig. Ich brauche deine Hilfe um. Wir sind nicht mehr allein. Also bringst du meinem Weib die Leiter? Ja. Das mache ich. Du bist so ein guter Freund der Familie. Ich bin dir eine Belohnung schuldig. Darauf freue ich mich schon sehr, Kapitano. Ja, ja, ja. Kennt man ja das Spiel. So, dann kletten wir mal hier hoch. Und hier. Und dann hier. Achso. Stehe heute Nacht mit der Leiter bereit. Und, was ist mit meiner Belohnung? Assassino! Da kann man gut die Rauchbombe benutzen. Los! Wir halten ihn auf! Man, hier kommst du nicht durch. Nicht dein stolzester Moment, schätze ich. Hey, Fratelli! Mach schnell! Keine Chance! Hier geht... Oh Gott, oh Gott, 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 Gott. Komm, ich krieg dich noch. Oh Gott, 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 Gott. Als ob du eine Chance hättest gegen mich. Okay, hast du doch. So wie ich spiele. Jetzt lass doch los. So, ich habe mir den Schlüssel beschafft. Mehr oder weniger locker. Easy, ne? Mehr oder weniger. Wurferser habe ich zwei bekommen. Medizin habe ich eine bekommen. Sehr schön. Noch ein bisschen klettern anscheinend. Lass aber kein Problem sein, denn sie sind ja einfach der Pro. Der oberste Pro der Welt. Für wen ist der Ezio. Keiner kann uns schlagen. Zumindest nicht zu der Zeit. Ja, schon ist ein bisschen gut verlaufen. Das nennt man doch. Bravo. Wir hätten eigentlich auch Assassinen darauf hetzen können. Oh, naja. Hätte, hätte, fahrt. Kette, wir haben es ja auch so geschafft. Ah, es wird uns auch schon so ein bisschen der Weg angezeigt. Das ist, äh, klar. Durch die Kamera, dass man in welche Richtung mal ungefähr gehen muss. Und wer jetzt nicht komplett behindert ist und die Vorgänge auch schon ein bisschen gespielt hat, der weiß, dass, äh, wo lang man dann gehen muss. Also so, äh, kann eigentlich nur noch durch Fehleingabe verkacken. Ja, man hört es ja schon glitzern. Man hört es ja schon. So fühlt sich das Gute an. Wow, no. Etzio, mein Junge. Das wäre jetzt nicht extrem viel, aber man kriegt schon ein bisschen was zusammen. Alle Drohnen sind geleert worden. Also holen wir uns den Templarschatz. Alles klar. Natürlich durch die Luke. Was sonst, ne? Kaufrausch. Volle Synchronisation erreicht. 100%. Synchronität. Das, äh, das will man doch. Was ganz anderes will man gar nicht. Alles, was man will, hat man jetzt bekommen. Hm, so. Wo ich seh. Wo ich Puh, was ich mä? Das allein kommt nur los.